Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Robins Finanzwelt. Heute habe ich wieder drei Aktien für euch dabei, die aktuell mit einem Buy-Rating seitens der Analysten eingestuft sind. Die schauen wir uns zusammen an und wir gehen dann natürlich wie immer auf den Chart gemeinsam ein, welche Marken jetzt wirklich aktuell wichtig sind, ob die Analystenmeinungen vielleicht langfristig oder kurzfristig gedacht sind und schauen uns das Ganze mal so ein bisschen dann natürlich auch selber an. Ja, und was habe ich geplant? Das möchte ich euch kurz sagen. Also ich werde jetzt hier täglich immer drei Aktien mit einer aktuellen Empfehlung seitens der Analysten ausgeben, dann auch mit einer Verkaufsempfehlung, natürlich nicht von meiner Seite, ganz, ganz wichtig, sondern einfach so ein bisschen auf die Analysemeinungen eingehen und dann bringe ich auch immer ein Update zu einer aktuellen Aktie raus. So ist mal die grobe Aufteilung geplant. Ja, und bevor wir jetzt starten, würde ich mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr ein kostenloses Abo da lasst und gerne die Glocke aktivieren, um hier kein Video mehr zu verpassen. Würde mich echt mega freuen an dieser Stelle. Und dann starten wir auch schon los, wie gesagt, heute jetzt mit drei Aktien, die hier wieder seitens deiner Listen auf Kaufen oder auf Buy eingestuft sind, auch mit einem groben Kursziel und dann im Hinblick auch noch auf den Chart, was hier aktuell passiert. Und da springen wir jetzt schon direkt rein in die erste Aktie und das ist Patrizia Immobilien. Wir haben hier einen Plus von 1,13 Prozent. Wir stehen bei 9,83 Euro und wir sehen es, der Chart oder der Kurs konnte sich hier jetzt auch wieder erholen. Wir stehen wieder über der wichtigen 50-Tage-Linie im kurzfristigen Bereich. Der nächstgelegene Widerstand wird jetzt hier die 200-Tage-Linie in lila zu sehen sein. Nach unten hin sind wir, sollte es jetzt doch nochmal nach unten gehen. Unter die 50-Tage-Linie liegt die Unterstützung bei circa 7 Euro und das ist eigentlich eine sehr, sehr starke Unterstützung. Da hat der Kurs gedreht. Davor hatten wir schon einen sehr, sehr schwachen Kurs, musste man sagen, oder auch einen sehr schlechten Chart. Wir sind von über 21 Euro hier eigentlich förmlich nach unten gerauscht. Ja und was sagen hier die Analysten und zwar Warburg Research hat das Kursziel für Patrizia von 14,60 Euro auf 14,80 Euro angehoben und die Einstufung auf bei belassen. Also das heißt knapp 5 Euro Kurspotenzial, es entspricht mehr als 50 Prozent. Man passte hier das Bewertungsmodell eben an und hat das Ganze sozusagen nochmal sich angeschaut, auch für die zukünftigen Werte und stuft deswegen hier auf 14,80 Euro hoch. Das heißt man geht davon aus, dass wir die 200-Tage-Linie durchbrechen und dann hier irgendwo so in diesem Bereich landen. Das kann realistisch werden, aber nur wenn wir über die 200-Tage-Linie kommen. Ich glaube das wird erstmal der nächste Knackpunkt. Deswegen gehe ich davon aus, dass dieses Kursziel eher mittel- bis langfristig gewählt wurde. Dann schauen wir uns jetzt da Unternehmen Nummer 2 an und das ist Nokia. Hier stehen wir aktuell bei 4,77 Euro. Wir haben so eine große Seitwärtsphase, da sind eigentlich nie Großsprünge passiert, wie wir sehen. Das aktuelle Jahressuch lag bei 5,62 Euro. Das Jahrestief bei 4,31 Euro. Hier sind wir auch schon zweimal draufgelaufen. Jetzt aktuell schaut der Kurs aber wieder ganz gut aus. Wir stehen über 50 und über 200-Tage-Linie hier sogar im langfristigen Bereich. Wir haben sie gerade erst geknackt. Wichtig ist jetzt, ob die 200-Tage-Linie aktuell hält. Nokia zahlt hier eine Dividende, die nicht schlecht ist. Und jetzt schauen wir uns auch mal hier an, was die Analysten dazu sagen. Ja und Goldman Sachs hat hier Nokia nach einer Veranstaltung von Nokia auf Buy mit einem Kursziel von 6,10 Euro belassen. Also sie geben denen gut 1,30 Euro Kurspotenzial. Also so in Nähe des Jahreshochs sogar noch drüber. Ich denke, das wird auch mittelfristig sein. Man glaubt eben, dass der 5G-Zyklus den Höhepunkt noch nicht erreicht hat, den wir ja aktuell haben. Der Dreiviertel der 4G-Basisstationen noch nicht auf den neuen Mobilfunkstandort ausgerüstet worden seien. Das heißt, da ist noch Potenzial bei 5G. Und die Margen könnten nächstes Jahr zwar unter Druck geraten, sagt der Analyst. Doch andererseits setzt Nokia auf eine Normalisierung der Lieferketten und eine bessere Verfügbarkeit von Halbleitern. Und gerade Halbleiter sind natürlich hier in dem Bereich oder im Technikbereich des A und O. Es wird in jedem Handy und in jeder Technik verbaut. Wir brauchen Halbleiter. Und wie gesagt, wenn man da von einer positiven Lieferkette ausgeht und Verfügbarkeit, somit kommt man hier quasi auf das Buy-Rating von 6,10 Euro. Und genau, schauen einfach mal, was so die nächsten Monate passiert. Dann gehen wir auf Unternehmen Nummer 3 und das ist Adesso. Hier stehen wir bei 133,40 Euro. Auch hier hatten wir vorher einen sehr eingetrübten Chart, der jetzt wieder leicht besser aussieht. Das Jahrestief bei knapp 96 Euro hat hier gehalten. Wir sehen es, der Kurs ist 2-3 Mal draufgelaufen. Dann aber gedreht sogar über die 50-Tage-Linie aktuell. Wir sind gerade schon in Bewegung Richtung der 200-Tage-Linie, die wichtig sein wird. Heute eben Minus von 1,77 Prozent bei 133,40 Euro. Und auch hier schauen wir uns mal die Analystenmeinung an. Und Bernberg, Karl Adesso, nach dem jährlichen Eigenkapitalforum für kleine und mittelgroße deutsche Unternehmen hier in Frankfurt auf Buy mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Also das wäre so knapp unter dem Jahreshoch. Ein Kursplus von über 70 Euro trauen sie hier dem Unternehmen zu. Man hat mitgeteilt, dass für die neue Software des Beratungs- und IT-Dienstleisters, wie es Adesso eben ist, für die Gesundheitsbranche bereits einen ersten Kunden gewonnen zu haben, dessen Projekt auch hier Anfang 2023, also nächstes Jahr, bereits starten sollte. Und diese positive Nachricht sollte Adesso helfen, weitere Kunden für das Produkt, also was sie anbieten, einfach zu gewinnen für die Zukunft. Und auch die Aussagen zum gut gefüllten Auftragsbuch für das erste Quartal 2023 klangen auch ähnlich. Also sehr, sehr positiv. Der Ausblick ist gut und daher sagt der Analyst hier ein Buy-Rating mit eben 205 Euro. Ich bin mal gespannt. Wichtig sind natürlich hier erstmal die 200-Tage-Linie zu durchbrechen. Dann wäre der Weg frei, aber auch das wird ein knackiger Weg. Deswegen denke ich auch, diese Meinung ist eher so mittel- bis langfristig gedacht. Das mal so persönlich von mir gedacht. Ihr könnt mir jetzt gerne mal unten die Kommentare schreiben, welche der drei Unternehmen ihr vielleicht auf dem Zettel habt oder auch Alternativen der Branche. Würde mich mal brennend interessieren, was ihr dazu sagt. Ja und wenn euch mein Video und mein Kanal jetzt gefallen hat, dann lasst doch an dieser Stelle gerne ein kostenloses Abo da. Aktiviert noch die Glocke, um ja kein Video mehr zu verpassen. Würde mich echt mega freuen an dieser Stelle. Das war es von meiner Seite. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Freue mich aufs nächste Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.